Mein Name ist Nicole Deitelhoff, ich bin das geschäftsführende Vorstandsmitglied der HSFK. Das heißt, mehr oder weniger stelle ich die wissenschaftliche Leitung dieses Instituts dar. Meine eigene Forschung beschäftigt sich mit internationalen Institutionen, mit Normen, mit Privatisierung von Sicherheit und im Grunde genommen interessiert mich ganz grundlegend die Frage, wie Konflikt auf Ordnung wirkt. Es gibt ja natürlich individuelle Krisen, die Menschen empfinden bezüglich ihrer jeweiligen Lebenssituation beispielsweise. Das ist etwas für Psychologen, wo man auch psychologische Unterstützung benötigt. Wahrscheinlich das, was für die meisten Menschen auch erstmal das Naheliegendste ist, wenn sie Krise hören. Und dann gibt es die andere Art von Krisen, wenn wir über eher Krisen sprechen, in die politische Ordnung, Systeme, Handlungssysteme oder Institutionen geraten. Und hier, glaube ich, ist der wesentliche Punkt, dass wir vermeiden sollten, solche Krisen so zu bearbeiten, dass wir Autorität an eine bestimmte Institution geben und sagen, mach das mal. Sondern dass es tatsächlich darum geht, sich darüber auszutauschen und auch auseinanderzusetzen, ob eigentlich eine Krise existiert, worin sie eigentlich besteht und was auch unsere Handlungsoptionen sind. Also wir haben natürlich, und das hat viel Kritik, viel Frustration hervorgerufen in den letzten zehn Jahren, insbesondere im Kontext von so etwas wie Verschuldungskrise, Finanzkrise, viel über Alternativlosigkeit gehört. Und auch in der Politik war das etwas, was die Politik vor sich hergetragen hat, wie so eine Monstranz, um zu sagen, wir brauchen hierüber nicht mehr zu diskutieren. Es gibt ja gar keine alternativen Lösungen, sondern das, was wir hier machen, ist das Einzige, was überhaupt geht, um den Untergang abzuwenden. Das war ein sehr dramatisches Narrativ. Und das hat Bürgerinnen und Bürger eigentlich sozusagen die Selbstbestimmung komplett aus der Hand genommen. Und ihnen dieses Gefühl auch entrissen geradezu, dass sie diejenigen sind, die natürlich auch über ihr Gemeinwesen bestimmen sollen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in keinem Fall zulassen dürfen, sondern im Grunde genommen, und das wissen wir auch über Krisen, bieten die immer genügend Zeit, um sich auseinanderzusetzen. Und das ist auch notwendig, um eben tatsächlich dafür zu sorgen, dass eine Gesellschaft sich auch mitgenommen fühlt und auch diesen Eindruck legitimerweise sich erhalten kann, dass sie über ihr Schicksal bestimmen. Denn das müssen natürlich unsere Ordnung leisten können, zumindest wenn wir sie mit Fug und Recht Demokratie nennen wollen. Fast immer haben Krisen ein produktives Element, weil sie eben über diese Frage, wie lässt sich eine Fehlentwicklung abwenden, ja auch darüber nachdenken müssen, wie können wir etwas ganz anders gestalten. Das ist das produktive Element von Krisen. Zentral dafür ist aber, dass es eine Auseinandersetzung über eine Krise gibt. Denn nur dann werden diese Produktivkräfte auch wirklich freigesetzt. Ich möchte einer gewissen positiven Lesart von Krisen widersprechen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus in der Desasterforschung. Weil ich immer wieder konfrontiert bin mit Forschern, die die Selbstorganisation in Katastrophen ganz toll finden, die Potenziale darin sehen, die auf eine ganz intuitive und, wie ich finde, unüberlegte Art die Solidarität, die spontane Solidarität, die in Selbstorganisationen passiert, einfach gut heißen und super finden. Und das möchte ich nuancieren, indem ich auf die Risiken eines naiven Gebrauchs der Selbstorganisation und der Solidarität in Katastrophenfällen hinweise. Indem ich eben darauf hinweise, dass ganz oft diese Art Engagement instrumentalisiert wird von Staatsseite, um die Krise eigentlich noch zu verschärfen. Ich heiße Pierre Ilner, ich bin Postdoktorand am Exzellenzcluster für normative Ordnungen hier in Frankfurt und bin dort seit zwei Jahren beschäftigt und mache ein Projekt zur kritischen Krisenforschung und zur Katastrophenforschung. Also ich forsche über schlechte Dinge. Aber es macht Spaß. Ich beschäftige mich vor allem mit dem Phänomen der sozialen Bewegungen, die Katastrophenhilfe leisten, Katastrophenschutz leisten, was ich eben auch als sozial-reproduktive Tätigkeit verstehe. Im Katastrophenschutz geht es meistens darum, Leute medizinisch zu versorgen, Infrastrukturen wiederherzustellen, wieder Aufbauarbeiten zu leisten. Und diese Arbeiten sind eben auch meistens nicht profitgenerierend, sondern es geht einfach erstmal darum, die Daseinsbedingungen, die Daseinsverhältnisse der Leute wiederherzustellen. Die Krise spielt eine große Rolle in meiner Beschäftigung mit nichtstaatlichen, selbstorganisierten Akteuren in zweierlei Hinsicht. Und zwar einerseits, weil seit den 70er Jahren, seit der Wirtschaftskrise der 70er Jahre, sich der Staat eben zusehends aus der Daseinsversorge zurückzieht und wir also einen Zuwachs haben an nichtstaatlichen Akteuren, die diese Arbeit leisten. Zweitens gibt es eine Verlagerung von Auseinandersetzungen, Kämpfen, Klassenkämpfen politisch gesehen, die traditionell in der Arbeit stattgefunden haben, in der produktiven Arbeit, in der Lohnarbeit, die heute im reproduktiven Bereich stattfinden. Und da würde ich alles mit einschließen, also Kitas, der Gesundheitsbereich, der Katastrophenschutz, alles, was eben unter dem Bereich reproduktive Arbeit zusammenzuwassen ist. Also in dem Sinne sind wir absolut in dieser reproduktiven Brille, die ich da anwende, bin ich absolut in einem Krisennarrativ, weil sowohl die nichtstaatlichen Akteure als auch die Art der Arbeit, die dort ausgeübt wird, direkte Ergebnisse der Wirtschaftskrise sind. Und wenn die Gefahr der Selbstorganisation darin besteht, dass man der Sparpolitik des Staates in die Hände spielt, ist die Frage, wie kann man soziale Reproduktion so organisieren, dass sie nicht dieser Sparpolitik in die Hände spielt. Also wie kann man die widerständig organisieren? Und da gibt es natürlich verschiedene Modelle, die aber auch keine, ja, nicht sofort eine Antwort darauf liefern. Also eine Möglichkeit im Katastrophenbereich wäre zum Beispiel gewesen, ein, ja, ein, also Forderungen zu stellen, politische Forderungen zu stellen, dass man sagt, okay, wir sind so gut organisiert, dass wir Hilfe leisten können, wir machen das, wenn ihr von Staatsseite diese und diese Mittel zur Verfügung stellt, diese und diese nachhaltigen Strukturen schafft, die uns dabei helfen können, uns gegen Katastrophen zu organisieren. Als Forderung, als Bedingung dafür, dass man eingreift. Ein erfolgreiches Beispiel aus der Vergangenheit war die Bewegung der 70er Jahre Wages for Housework, eine militante, feministische Organisation zwischen Italien und Amerika und Großbritannien, die konkret einen Lohn gefordert hat für ihr Ausüben der Hausarbeit, der sozial reproduktiven Arbeit. Das finde ich gut. Das ist ein guter Ansatz. Und da müsste man vielleicht anknüpfen. Also wenn die Leute sich nicht organisieren, antikapitalistisch, um einen systemischen Wandel herbeizuführen, dann werden die Tendenzen, die wir jetzt schon sehen, also die Schere zwischen Arm und Reich, die immer größer wird, soziale Ungleichheiten, die sich unglaublich ausweiten. Also ich glaube, wir haben heute, die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland ist heute so groß wie zuletzt im späten 19. Jahrhundert. Sehr extrem. Und das ist in der ganzen westlichen Welt so. Und wenn das nicht passiert, würden sich eben diese Tendenzen einfach ausbreiten. Die Hoffnung ist natürlich immer, wenn sich solche Widersprüche verschärfen, zwischen Arm und Reich zum Beispiel, dass dann irgendwann so eine Art Punkt erreicht ist, wo es einfach nicht mehr geht und dann kommt die Revolution. Ich weiß nicht, ob das so ist, ob das so funktioniert. Das stellen wir uns halt auch so vor. Aber man weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber vielleicht ja schon. Ich hoffe, ich hoffe das. Aber man muss es sehen. Wenn die Krise ein Lösungsversuch ist, der Wirtschaft und des Staates, sich irgendwie rauszuarbeiten aus einem Missverhältnis, ist dann das Ziel der Menschen, da mitzumachen? Oder ist nicht vielmehr das Ziel der Menschen, aufzuzeigen, dass das eigentlich Krisenhafte das ist, was immer schon passiert, auch wenn offiziell gar keine Krise verkündet wird. Also einfach Business as usual, ist auch schon, das ist die eigentliche Krise. Das wäre zum Beispiel so eine, was Walter Benjamin dazu sagen würde, dass die Krise ist der Alltag und nicht der Sonderfall. In jeder Krise gibt es Selbstorganisationen, würde ich sagen, fast als anthropologische Konstante, um sich eben gegen diese krisenhaften Tendenzen zu widersetzen. Die Selbstorganisation findet immer statt. Meinst du jetzt, dass Menschen sich in jeder Krise immer während der gesamten Menschheitsgeschichte gegen die Krisen aufheben? Ja, das würde ich so sehen. Es gibt immer da, wo Herrschaftsverhältnisse sind, also immer, die krisenhaft werden, wo es also zu einer Verschlechterung von Lebensbedingungen kommt, werden sich die Menschen dagegen wehren. Das würde ich so festhalten. Danke. Jetzt haben wir es noch drin. Schön. Geil. Schön. Schön. 10, 10, 10, 23, 24, 24, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020